So, hallo, ich hoffe, dass es geht. So, ähm, der Dotsi ist hier wieder am aufsammeln alles. Gut, der, mit dem hier müssen wir noch den Dingens holen mit Diesel. Der hier, ähm, ja, den müssen wir auch wieder anschalten. Weil, was der hier macht, ist mein Geiz. Äh, ja, äh, hier bitte. Okay, der macht es. So, ähm, der Faltra. Ich muss noch kurz was schauen. Ganz kurz. Ähm, das, ich, das. Ganz kurz. So, jetzt satt. Jetzt, ja, was fahren wir dem runter Diesel holen und, ähm, suchen wir eine Sametstelle. Hä, eigentlich? Äh, eigentlich hab ich ja schon mal... Hä, haben wir nicht schon mal Piesel geholt? Nee, komisch. Aber da werden schon mal Piesel geholt. Komisch, komisch, komisch. Ähm, kann man mir sagen, wo ich grad hinfahre? Ich fand nämlich bisschen falsch. Ah, Deutscher hat das durchstehende Reifen. Ähm, warte mal. Ah, äh, shit. Das sind hier wieder Sachen, die ich nicht so ganz verstehe. Warum fährt der... Warum fährt dieser Typ hier lang? Was ist das hier? Was ist das hier? Ich weiß nicht, wie die Masse... Aber was... Warum... Warum ist hier wieder ein Streifen? Das... Das verstehe ich nicht. Ich will es nicht besser verstehen. Ey, äh... Wünsche, bitte hier langfahren. Wäre sehr nett von Ihnen. Dankeschön. So, kommen wir dir mal zu, ob ihr das hier alles hinkriegt. Ich hoffe mal schon mal. Ja, sieht schon mal gut aus. Achtung. Achtung. Ja, perfekt. Oh, das ist, wo das nicht mehr drin geht. Wie, was da ist. Also, nun an der Anstelle hier. Oh, das muss... Es ist gar niemand mehr drauf. Ah, nein, ich hab' es hier los. Das ist klar, was hier los ist. Okay. So, jetzt bleibt bitte hier stehen. Ah, perfekt. Perfekt. Ähm... Ja, einfach mal lachen. Und dann müssen wir das hier reintippeln. Ich weiß nicht, ob das geht um die Wiesel. Ich glaub nicht, nett. Wir müssen hier erst noch Wiesel nehmen. Umweltverschmutzendes Zeug. Ah. Ah. Geht sogar schon rein. Okay. So, dann darfst du hier gleich weiterfahren. Ja. Ja. Naja. 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 Guck mal, ob wir dann gleich wieder weiterfahren sind. Ich guck mal an. Ich guck mal an. Ich guck mal an. Ja. Ich guck mal an. Ja. 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 Ich guck mal an. Ich guck mal an. Ich guck mal an. Schade. Weil er hier jetzt nicht rumtritt und er zurückfährt, dann akzeptierst du es nur. Nö, also, lass mich den mal anschauen, wie der Shit hier funktioniert. Schade, aber der Scheiße ist hier halt so ein bisschen, dass sie hier so nicht. Schade, 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 schade. Ey, ey, ey. Was hat der Fan für Probleme? Habt einen Baum gefunden, alles klar. Also Bäume suchen sollst du eigentlich nicht, sondern grubbern, aber hast du gut gemacht, würde ich mal sagen. Also irgendwie, wenn ich das bei anderen Seiten sehe, da funktionieren wir so ungefähr, es wird irgendwie besser. Bei mir funktioniert es nicht. So, wenn ich noch einen Traktor... Ah, mit dem müssen wir Dinge zu holen gehen, den hab... Ah ja, wir haben ja noch den hier. An den hängen wir dann mal, hängen wir dann mal den Anhänger dran. So, stopp, bitte. Äh... Hallo? Ah, okay, Curseplay geht hier an dem hier auch nicht mehr auf. Ähm... Welche Laste war das nochmal? Stein links plus Löchen. Ah, plus Löchen. Ähm... Ah ja. Gut. Müssen wir auch wieder umschalten. Auf Maus rechts, Tast zu Dingens. Streng links... Ist... Ne, ich habe es also hier. Dann das hier an. Dann... Ähm... Ne... 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 Ich glaube, das hier war das. Ne... 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 zum kurzen Kurs einfahren und dann sollte der eingestellt hat er finden hier ja, hast du wieder einen Baum gefunden, der Affe nicht so, stopp ähm, einstellen ähm ja, was das hier schon wieder ist, war sicher auch nicht das versteht ja auch schon wieder keiner mach einfach mal das hier ne, das kann dann sein mach das hier kann aber beginnen so Mähdrescher ist gefunden alles klar alles klar so kann man es natürlich auch machen was es wird, weiß ich jetzt nicht so ganz aber es könnte sein, dass er es nicht hinkriegt wer findet er denn mehr in den Drescher? ja ja, schön gut gemacht komm, wir sollten dann stehen und einstellen sie bleiben stopp sie bleiben stehen wenn der Mr. Dinty kommt, bleiben sie bitte stehen ähm alles klar ah, wo war das? während er aktiviert äh 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 was ist denn MW was ist denn was ist denn was ist denn los hier? ja, wo ist denn einstellen, wie viel Kilometer er von Drescher Platz haben soll, darf, muss, will das geht das geht eigentlich anders viel schneller muss ich sagen Leidenabstand 50.001 Milliarden Meter wenn sie kreisen sind in den kreisen mit den Regaten achso wer ist egal ähm machen wir einfach mal 8 Meter na, du darfst hier wieder fahren funktioniert locker nicht oh oh hammer funktioniert es kommt natürlich die zwei in die quere du darfst hier erstmal Pause machen hast du schon gut gemacht aber erstmal ein bisschen Pause machen so muss ich noch sagen, das haben wir in der nächsten Folge hier und ja, wir sehen in der nächsten Folge Ciao